ja hallo ihr lieben hier sind wir wieder und geht weiter wir suchen unser special equipment ja schauen wir mal hier vorne eine pulle auf die auf die speerspitze gemacht damit ich nicht immer an den gürtel greifen muss um aus zu saufen und außerdem kann ich so der drang zu stechen ist ziemlich groß wäre nur ein mausklick so ich glaube wir müssen in die richtung ich hatte hier doch irgendwo genau hier geht es runter wo wir hier runter immer 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 und das sind immer ärger und ärger ist immer super ist gut so tief aber geht dann hier gleich weiter so ich immer so in echt da rein zu fühlen würde man auf die wahnwitzige idee kommen verfolgt von so viel ärger gibt es nur einige sachen in die kann man sich kann man sich immer mal ganz gut rein fühlen war ja mal nein ich weiß zum beispiel ich hätte damals ganz große probleme als der soldat james ryan rauskommt er der film kann ja die erste 20 minuten ist ja im prinzip sturm auf den strand genau und so und da konnte ich mich furchtbar gut rein versetzen diese hoffnungslosigkeit im prinzip die soldaten da erlebt haben und so dieses so du ja das war pures glück wenn du da überlebt hast eigentlich guck mal und er braucht es glaube ich nicht mehr ich kann keine einsammeln ich habe vier stück nach vom schiff ach genau auf dem boot liegt von dem zeug was rum da hatten wir doch mal pausiert ja hausiert haben auch guck mal wollen wir es probieren das wasser kommt ich trau mich nicht nehme ich meine hand auf drei du hast es doch nicht angezogen ist es alleine an wenn du reingehst ja ich hab das mal artig ausgerüstet also da der klein hatte ich hier liegt auch noch irgendwas das kann man mit e aufgeben echt da liegt auch noch aus den kleinen steinen du kannst nicht mehr medizin tragen nichts du hast hänger hunger wenn du was sammle stöcke sagen wir sind kalt ja also mit dem film hatte ich hatte ich hatte ich echte probleme den finde ich auch finde ich aber insgesamt ziemlich krasse ja es war heutzutage die kitties von heute da ist es nur so ha 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 lustig guck mal das war damals war das da haben sich ziemlich viele leute drüber wie sagt man das sagt man es auf viert ja ja weil im kino einer gesessen hat und gelacht hat aber war so ein soldat der der liegt durch die gegend und dann flog ihm plötzlich der arm weg und es hat seinem arm aufgehoben und es wird weitergelaufen wo sich das in babys nicht raus dass ich würde zumindest irgendwas ja ja noch mehr gleich sehen jetzt hier gerade ich auch bei uns ein kleines feuerchen hier wärme die haben mich hart getroffen und hat mir getan echt das wäre wirklich geflogen leider nicht hier liegt noch eine fulle können wir es gewesen da liegt noch mal wieder aber eine auffüllen vor der dass sie weg kann ein paar dinge bräume noch so ist nicht jetzt habe ich etwas gegessen ich ziehe mir noch mal wieder ein bisschen rüstung ist ein paar dosen wenn du lust hast ich werde einen mal getränkt dort meinst du da vorne liegt doch eine neue sauerstoffflasche hier und cola dosen oder was und snacks mensch du wieder voll auf munitioniert hier ich bin echt ein sammelkobolder ja ich finde alles für dich du bist du bist mein marmelkobold genau und wir begleitet du bist mein kleines am mein gott hier ist da haben sie jemanden verloren ich kann keine dosen mehr tragen dann trinke ich eine und krieg schlagartig hunger hier geht es durch gucken ob es noch weiter wie da aber wir können auch noch mal machen müssen oder was dann müssen gucken ob der weg weiter finden so sehr langweilig ja ins wasser aber nicht wenn weg und jetzt weiter du bist du bist so hoch tiefer 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 ist das nicht wieder zurück glaub nicht oder doch ich glaube nicht mit dir unterwegs zu sein ist im prinzip wie kettensägen jonglieren ist so ja mal schauen ich sag ja man weiß dass es schief geht nur nicht wann ich weiß auch nicht warum ich mir das immer wieder mit dir antun ist kalt ja auch warte ich ich mache euch mal eine axt an genau machen sie mal eine axt an das ist super idee hier liegen irgendwie schädel in der gegend rum steine mal hier kaputt als vorgehen wenn du willst hier liegen neue steine falls du keine mehr hast fünf kann man drauflegen zufällig liegen hier fünf stadt ja praktisch das sei genau hier habe ich bei tun aber nie gesehen so dass man mit mit dem e markiert e für einpacken sind keine leichen 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 hier liegen kugeln rum munition hier die für die für die stand schlosspistole oder was das heißt da habe ich ja leider nie gefunden und das spiel schon durch hier liegt irgendwas ein quest item eine bibel die brauche ich entweist dass ich sie brauche guck mal wenn sie kann ist ja genau daneben ein feuer wenn man die so richtung feuer fokussiert hast du die zeitschrift hier gefunden wenn sie kann ist ja nicht direkt im feuer passiert nichts geil da irgendwo hatte ich eine zeitung außerdem habe ich sehe ich auch wenn benis 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 hier nicht seil sei noch mehr seil das ist total tot weil ich kein seil brauchen hier liegt auch noch hier liegt noch ein bild alkohol gefunden nicht noch ein bild von hier wohl die muschi ja okay guck mal was eine axt die habe ich toll gesehen habe ich die jemals schon mal gefunden dass ich nicht du stand gerade drauf deswegen dachte ich gerade ich stehe auf axt deswegen sagte ich mache jetzt eine axt an und weil du kannst deine sauerstoffflasche noch mal auffüllen da habe ich schon ja und dann ist hier geht es weiter vielleicht da war es ja auch nichts hier liegen noch kommt man dagegen rum ich würde mir kurz wäre der stoff drin ich würde meinen hier ist irgendein flugzeug abgestürzt dass ich auf dem weg zum weltkongress der schneider wer weiß wer weiß man das hat mir so viel genommen ich habe nie so viel genommen hier irgendwas gespannt dann sei gestolpert ja dann ja wie schön das ist gut dann nehmen wir jetzt den schnell reise punkt so was gibt es hier leider nicht wir könnten hier weiter schwimmen müssen wir wohl wieder wenn er hier noch mal runter oder das wie hier runter darunter schwimmen aber ist hier nix ja nicht das ist dunkel was ist voll crazy ja ich bedreif mich ach siehst jetzt weißt du was ich was du gemeint hast mit wieder auffüllen ich habe vergessen die flasche aufzufüllen das wird schon reichen die sauerstoffflasche bist du eigentlich jetzt auch irgendwie so um die ecke sieht aber wirklich nichts das wird dir gefallen noch eine bibel noch eine bibel geil wie so ein 80er jahre spiel bibel nein hier geht es weiter wo bist du denn so bist du ich bin schon raus ich bin hier oben an der oberfläche die oberfläche hier ist kalt warum sagt es an glaube ich ja da komm am messer schneide ich habe vorher extra einen lappen drum gewickelt damit das nicht so weh tut und labwaffe geil sehr fein keine ahnung da hoch jo i would say nach dir jetzt mit dem mit meiner labwaffe in der hand und der taucherausrüstung am seil nach oben klitschnass aber aufgeburt verhunger gerade das war dringend oben angekommen bin was tut dann hier liegt ein snack wie praktisch vor allem wie das ding hier brennt weißt du vor allem wie das ding hier brennt weißt du oh hier liegt ein foto foto von einem dorf würde ich sagen für eine der hütten oh danke wie romantierisch romanisch das ist ja toll und das ist das einzige was hier jetzt ist so wir können hier wieder ins wasser springen ich war gerade trocken weiter geht es überhaupt weiter also ich habe keinen schöner wo wir sind bin gespannt wo wir rauskommen ob überhaupt jemals wäre irgendwo rauskommt das geht es immer so weiter für den seil wasser toll kann ich natürlich nicht aufgeben ist klar wir können aber ein hinweis auf seine von 1 das ist hier sehr sehr ich glaube mir schon wieder kalt die ist schon wieder kalt wir gucken hier nicht raus das ist da hier kommen wir noch hier in der decke ist ja das höhlen ausgangszeichen das sieht ja geil aus strampel 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 und dann ist hinter dem höhlenausgang stecken gefliehen wir sind hier bei den bei den gänse im schwanensee schwäne wollte ich gerade sagen aber das sind ja gänse buch bei mir leuchtet gerade ein neues tier entdeckt was wir die gänse wahrscheinlich ja genau cool wenn nicht schlecht doch das ist ja das ist doch hier der see wo tobi und grond gebaut haben das ist eine coole location aber er ist auch cool stell dir vor jeden morgen wirst du wach und dieses enten geschnatter ja geht gar nicht von tobi und grond tut uns leid das geht leider gar nicht das geht überhaupt nicht unser ist viel schöner irgendwann kommen sie vorbei und hacken uns den wald weg ja genau ihr spangener schön anzünden wo sind wir denn jetzt muss mir auf der karte orientieren the forest pvp wow 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 ins wasser immer schon mal wie ein kleines mädchen schreit pass auf ich kletter auf den turm und dann haue ich sie weg äh gucken ob das geht sind das tobi und grond eigentlich oder ja hat sie sofort eingeloggt 20 jahre später wempelt so lange auf der insel schön liebe mitstreiter und mitstreiterinnen das ist nicht persönlich gemeint aber leider todernst genau das todernst wir leiden wir leiden ja das muss so klar ist heute ab oder was schön mit zwei Rüstungen weggeprügelt ja verduftet ne der eine ist auf den baum hochgeklettert und jetzt ist er wieder runter gekommen da da ist er jetzt ist er weg das tobi hm ich ich komm mal zu dir kann er nicht angehen wir können ja nicht immer weg laufen haha genau sorry tut mir leid wo ist der zweite hier bin gehört irgendwo ein baum rum geil wir gucken beide nach oben in der kopf von unten zack zack aber fertig flieht flieht da oh drei da sind ein paar mehr ins gesicht alter kann er mal aufhören hier rum zu purzeln da ist das war das denn die ja hattest du dir auch gemacht das ist länger geil hihihi pfff kleiner masochigst wo hast du denn die anderen verloren ja ja oh geschenke weihihi au oh fall die kopfnuss hier geil was ich kann den snack nicht behalten wo denn hinter dir cool da hat sich aber eine tolle maske gemacht geil echt so übel schnell guck mal da er hat sich eine taurausrüstung angezogen äh hallo was kann schon wieder den alt nicht mitnehmen ich hab mal neun freund ist viel netter als du hast du gerade den alt weggeschossen geht's noch? das ist ja aber irgendwie ich müsste nicht wo ich den alt jetzt noch groß benutzen ich hab irgendwie alle schon bist du auch gerade nicht ja wie schön dann sind wir hier wieder rausgekommen ich würde meinen dann sollten wir vielleicht also entweder machen wir uns jetzt hier noch wie viel haben wir umgelegt dann ja zwei habe ich hier gerade ja zwei habe ich hier gerade ja zwei habe ich hier gerade ja schon hast du feuer gemacht oder achso ne 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 ich hab's erstmal geholt okay dann mach ich noch ein feuerchen hier bei den dritten weiß ich gerade nicht wenn du wirklich dritten hattest ne der war doch abgehauen ne ich meine der hat er noch drei wir haben ja relativ kannst du ja schon mal reinschmeißen ne wir haben relativ am anfang hier haben wir glaube ich noch irgendwo eingelegt ne oder ja dann musst du suchen ich finde ihn tatsächlich nicht wieder bist du direkt drüber gelaufen aber ist ok es kann schon mal passieren wenn man so eine tauchhausperson an hat am helllichen tag anland macht's auch immer ich finde das ganze zeitlich eigentlich dann belästigt mich meine frau auch nicht immer Johnny guck mal da vorne ist ein Höhleneingang jetzt wollen wir dann nochmal einen Marker setzen ja setz mal ich kann ja auch mal einen Fall ausbauen oder willst du ne ne mach mal auch mal Pastiks loswerden oder hatten wir den schon steht keiner noch also hier steht kein Marker dran insofern eher nicht jetzt sag ich dir mal du musst du hast die Routine ich weiß schon wieder überhaupt nicht wo der blöde Marker überhaupt ist in deinem Buch auf der unten Seite ja hab ich schon ja hab ich ne 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 nein doch hm 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 ich ziehe es bei die taubbewusstung aus ich sehe gar nichts um ich heim hier mal ein paar knochen ein bitte so unter verwendung von leguan haut und konsorten bin ich jetzt wieder voll aufgerüstet ich brauche das feuerzeug glaube ich nicht mehr da muss ich gerade mal gucken wo sind wir denn da ist unsere basis ja okay dann muss man wohl in die richtung ja er ist wieder da der alte hasen wo bist du bei dir gerade mal ein micro durch die gegend geschossen hier ist auch schön ja ich habe es gehört ich finde es sollte auch mit dem spiel headshot geben eigentlich also dieses so ja ich habe dir in den kopf gepikst von der vernünftigen oder so rein wir opfern dich du hast den fall nicht mitgenommen jetzt oder was was da guckt doch noch ein pfeil raus und jetzt kommt sie wieder raus passieren ich lasse das lieber sollte sein glück nicht herausfordern du willst auch wissen immer an der kante vom krater lang ja gleich ich will ganz genau wissen wie das läuft ja ich muss mal hier den hier erinnert mich immer an an axel bei würde das war nicht auch mal spielen wie gesagt das ist ja wieder eins von den spielen mit denen du nichts anfangen kannst genauso wie mit the forest fand es auch kacke vor ich nur noch mal erwähnt habe wie oft hast du das ungefähr jetzt erwähnt in der karte ja ich bin keine ahnung nicht nicht häufig genug würde ich sagen dass ich arg endlich runtergeladen habe jetzt habe ich die taktik verstanden bist du arg runtergeladen hast du das hat aber arg runtergeladen schlechte wortspiele für anfänger guck mal das ist wieder so ein baumstamm den ich mein der hier wieder aussieht wie so eine tentakulose wo bist du eigentlich ja das frage ich mich auch gerade wo du da bist du ein baumstamm der aussieht wie ein tentakulose ja wenn du aus der richtung kommst du ein bisschen weiter weg die schimmern dann nachher so im halbdunkeln ich finde eigentlich immer mehr so die tannen hier weißt du sowas da ja hier ist ein schütkröte brauche ich einen panzer nö ich aber kann eintragen ich kann auch eintragen ja achso dann ich trinke mal was ich muss mal was essen muss von Zeit zu Zeit auch so sein ne ich muss also so richtig in echt und so im RA im real life echt ich hab das alles intravenös erledigt mittlerweile intravenös genau ja ich hab auch einen schlau im Popo und da geht alles genau ich nehme auch nur flüssige Nahrung zu mir also kommt auch alles flüssig wieder raus oh Gott ist das egal wo ist er vorne da ja mensch da das hat doch wo die schildkröte hier das erinnert mich gerade warum er denn das ich hab keine ahme schildkröte schildkröte das war damals eine Marke so wie Lacoste Klamotten die Polohemden schildkröte glaubst du keine schildkröte und Lacoste war dieses Krokodil und wir sind gerade fünfmal durch den Upload Filter gekillt worden das macht nix ja ihr süßen falls ihr das hier guckt ne Thema Upload Filter Artikel 310 da gibt es am 23.03. jede Menge Demos in vielen vielen Städten Berlin soll hoffentlich sehr sehr groß werden da gibt es auch Fahrgemeinschaften inzwischen hin äh meine Persönlichkeit und eventuell auch der Anderfanger und mein vielleicht auch mein Neffe und vielleicht noch ein paar von seinen Kollegen aus dem Flohzirkus da in dem Alter so mit 13 und so da sind die immer so ein bisschen wahrscheinlich kriegt ihr mir das Anschlüsse ich hab die Folge geguckt bis sie nicht ganz sich du Arsch ähm wir können hier oben jetzt auch noch eine Schildkröte holen dann kannst du auch noch ein Panzer mitnehmen ja gut dann zeig mir eine ähm ja am 23.03. wir werden auf jeden Fall weil wir ja aus dem Bereich kommen wir werden in Kiel zugegen sein und das macht total Sinn sich da zu engagieren das sind man muss halt irgendwie hinkommen aber ansonsten sind das halt irgendwie zwei Stunden sind angesetzt man trifft sich hier vorm Landtag in Kiel und ja das lohnt sich schon weil YouTube ist tot wenn das kommt ja nicht nur lohnt sich sondern im Grunde muss man ja schon fast sagen hier ist jetzt bitte muss man ja eher schon so rum fast sagen hm ja ja also steht auf und wehrt euch ne ja definitiv also das was momentan in der Politik passiert das geht insgesamt halt auch eigentlich auch gar nicht mehr so weil die da inzwischen echt einfach machen was sie wollen das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun sondern das will keiner da werden einfach einfach Dinge getan und gemacht auch so wie wie die Abschaffung des Bargeldes zum Beispiel auch wenn wir jetzt eigentlich gar nicht so richtig politisch werden wollen aber das sind so Dinge da muss man als mündiger Bürger sich auch mal ein bisschen mit auseinandersetzen und so und also nicht so dieses so geil kann ich mit dem Handy bezahlen und so das Problem ist ohne Bargeld heißt das die Bank hat immer Zugriff auf dein Geld immer so und äh was die letzten Jahre gezeigt haben was die Bank mit unserem Geld zu treiben äh die verspielen unser Geld die verzocken das an der Börse Geld ist inzwischen muss man eigentlich auch mal gestehen letztendlich ist es inzwischen nur noch ausgedachter Scheiß so es gibt ja dieses Geld eigentlich gar nicht da gibt es kein Gegenwert für nix da muss man sich mal ein bisschen naja und so ein Upload Filter ist denke ich mal ziemlicher Schwachsinn dahinter stecken ja denke ich auch mal Sprenger und Konsorten also die 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 klassischen Medien nenne ich sie jetzt einfach mal ja die haben halt Angst um ihren Thron weil YouTube hat einfach mal total viel geiler ist das ist sehr sehr viele kreative Köpfe hinter will ich mich jetzt gar nicht mal so mit dazu zählen obwohl ich natürlich einer bin und ich gucke inzwischen überhaupt keinen ich nenne das heißt aber konventionellen ich gucke kein konventionelles Fernsehen mehr die Werbung geht mir auf den Keks da laufen Beiträge die ich überhaupt nicht gucken will und so also das ist schon so genug Politik für heute wir sind eigentlich auch wieder so weit dass wir mal eine Runde Pause einlegen können ja gerne was tun ich gehe einfach mal zurück in unser Heimchen 1 2 3 4 ja ach verdammt komm schon komm schon komm nein ich habe es nicht geschafft verdammt es geht aber was weiß ich habe ich als ich hier an der Basisweide gebaut habe ich das mehrfach geschafft natürlich und da drüben hier natürlich Alter ja ich habe es ja schon gesehen dass du schaffst Alter aber ich habe bei irgendeiner Gelegenheit habe ich schon wieder eine Rüstung verloren Hä? jede Menge wo bist du jetzt überhaupt? ich stehe hier und möchte speichern ich kann auch ohne nicht speichern das ist kein Problem ich bin doch sofort bei dir schlafen über auch wer will schlafen? wer will schlafen? wer will schlafen? wer will schlafen? ne ich auch nicht ne 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 ähm so Lille ich weiß was wir das letzte mal gemacht haben als wir zusammen gespielt haben das würde ich auch gar nicht so schlecht finden damit wir damit wir den Leuten hier auch mal ein bisschen was zeigen können Ben? den Bauplan für die Kirche den Bauplan für... ach so die Zukunftspläne der Basis genau weil da so finde ich so ans Ufer würde so eine Kirche sich eigentlich ganz gut dran passen pass auf ich lauf da mal hin und winke mal die Sonne geht gerade unter das ist ganz gut weil wir können ja auch schon wieder schlafen ich habe übrigens nicht gespeichert das müssen wir gleich noch machen so wollte ich schon wieder wegrenzt ja ich wollte zeigen wo wir die Kirche bauen wollen hier so irgendwie geil ne oder? das würde richtig cool und da oben stellen wir dann noch das Kreuz hin so wenn da hinten die Sonne aufgeht dann wirft das Kreuz seinen Schatten hier auf unsere... und da hinten... ja genau das Kreuz wirft seinen Schatten auf die Insel merkt man eigentlich dass ich kein Christ bin oder? nein 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 dein Athe... Atheistisches Verhalten Atheist wäre ja quasi schon fast kontrakristlich das bin ich aber gar nicht so ist das nicht ja geschafft mir ist es egal was die Christen machen mir ist es auch egal was die Moslems machen und was die Buddhisten machen so ist mir egal das interessiert mich halt nicht solange sie es nicht mit dir machen genau genau solange die das nicht mit mir machen ja ja mich kann ich lieben so speichern ich gleich wieder am Strand wenn was schief geht speichern ja das war creepy ne? dieses dass du da immer so ja pass auf wir machen jetzt mal Schluss so ihr Lieben dann gehen wir von hier aus weiter und kümmern uns das nächste mal um die Kirsche die können wir dann ja sag ich mal offline basteln und da mal schauen was wir dann als nächstes machen aber in der nächsten Folge werden wir uns mal die Kirche holen alles klar bis dann ciao und weg